Im Rahmen der diesjährigen Tagung der Society for Design and Process Science, kurz SDPS, präsentierte Professor Horst Zuse den Nachbau der 1941 von seinem Vater Konrads entwickelten Rechenmaschine Z3. So hatten die Teilnehmer der Konferenz die Gelegenheit, Computergeschichte aus der Nähe zu erleben. Bernd Krämer, Professor an der Fernuniversität in Hagen und Mitglied der SDPS, kennt Horst Zuse schon aus dem Studium an der Technischen Universität Berlin. Er pflegt sehr intensiv das Erbe seines Vaters. Er hat die Z3, also den ersten programmierten, lauffähigen Computer, nachgebaut, der vor 71 Jahren zum ersten Mal lief, vor den Amerikanern. Und er führt das vor und er hat ihm diese Maschine nachgebaut und war bereit, mir die für diese Zeit hier zur Verfügung zu stellen und die auch zu präsentieren und dazu auch nochmal über den Computer, über die Historie der Computer zu reden in einem eingeladenen Vortrag. Selbst Professor für Informatik und somit in Forschung und Lehre tätig, reizte es Horst Zuse, die Z3 nachzubauen. Es war 2008 und ich saß mit meiner Frau in einem Lokal hier in Berlin, in Wilmersdorf und sagte ihr, ja, weißt du, 2010 habe ich zwei, nicht Probleme, aber zwei Ideen. Das eine wird sich von alleine erledigen, ich werde pensioniert, dann das andere, naja, der Vater wird 100 Jahre alt. Und mich hat ja immer schon gereizt, diese Maschinen einmal zu bauen. Einfach um zu wissen, Punkt 1, wie funktioniert sie? Das ist nämlich ein großer Unterschied, ob Sie die Pläne, die ja existieren von der Patentanmeldung, auf dem Schreibtisch lesen und sagen, ja, ist klar, so geht's. Oder ob Sie es tatsächlich nochmal bauen müssen. Das war der Punkt 1. Der Punkt 2 war, diese Maschine Z3 eignet sich hervorragend, um zu zeigen, was ein Computer ist. Die Z3 war der erste vollautomatische und programmierbare Rechner. Speicher- und Zentralrecheneinheit arbeiteten damals auf Basis von Telefonrelais. Für den Nachbau wurden sie durch moderne Relais ersetzt. Das Grundprinzip ist aber das gleiche wie damals. Also die Gleitkommazahlen. Wir haben zum Beispiel hier ja in der Maschine diese Viererreihe, da können wir zum Beispiel 1, 2, 3, 4 eingeben. So, damit kämen wir maximal bis 9.999. Das ist natürlich keine sehr große Zahl, aber der Trick ist jetzt, und das kommt aus der Potenzrechnung in der Schule, dass man jetzt 1, 2, 3, 4 und jetzt eine zweite Zahl einführt, mal 10 hoch 3 zum Beispiel. Daraus folgt dann 1, 2, 3, 4 mal 10 mal 10 mal 10, und das gibt 1000. Das heißt, ich kann diese Zahl, die zunächst von der Wertigkeit aus vier Stellen besteht, dann mit 1000 multiplizieren. Und dadurch komme ich auf sehr große Zahlen, indem ich nämlich dann 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0 bekomme, wenn man das mit 1000 multipliziert. Und dadurch kann ich genau das Komma, deswegen heißen die auch Gleitkommazahlen, verschieben, denn am Anfang war das Komma immer hier am Ende, und jetzt ist das Komma durch die 1000, also von da faktisch, nach da rechts verschoben worden. Und genauso kann ich jetzt sagen, 1, 2, 3, 4 mal 10 hoch minus 3. Dann habe ich hier wieder so ein gedachtes Komma, und die minus 3 sagt jetzt 1 rüber, 2 rüber, 3 rüber, also 1,234 würde das bedeuten. Ja, wir haben also die Z3 hier stehen, und die ist auch in der Originalgröße geschaffen worden, das war mir wichtig. Und wir haben drei Schränke, das ist ein Speicherschrank, das ist das Rechenwerk und wieder ein Speicherschrank. So war es 1939 auch konzipiert, diese Maschine. Und da haben wir schon klassische Komponenten auch eines modernen Computers, nämlich das Rechenwerk. Womit ist diese Maschine von 1939 bis 1941 gebaut worden? Ja, das ist, also nicht ein Original, aber kurz danach, ein Relais aus der Telefontechnik. Und hier haben Sie das an, aus, an, aus, an, aus, 0, 1. Und das ist genau das Digitale. Das ist genau das Digitale. Und da sind 2500 Stück von denen in der Maschine gewesen. Und das sind die Schrittschalter. Mit denen, da gab es nur so 9 bis 10 Stück in der Originalmaschine. Die sind heute sehr schwer zu bekommen. Und damit, und das waren auch Gründe, dass ich hier vieles anders machen musste, wurde zum Beispiel die Multiplikation gesteuert. Ja, wir haben hier eine weitere wichtige Komponente eines Computers, auch heute eines modernen Computers, nämlich die Ein- und Ausgabeeinheit. Und ja, die sieht etwas ungewöhnlich aus. Ganz anders, als wir heute das kennen. Das ist die Einer-Reihe, das ist die Zehner-Reihe, die Hunderte- und die Tausender-Reihe. Das heißt also, hier kann man Zahlen eingeben, also zum Beispiel auch 1, 2, 3, 4. Und jetzt stellt sich die Frage, naja, das sind ja relativ kleine Zahlen. Also das ist ja nicht so elegant. Und da hat er sich, mein Vater, eine Lösung überlegt mit den Tasten hier unten. Und das ist der Exponent. Das heißt, er hat eine Zahlendarstellung gewählt, die nicht seine Erfindung war, aber es war das erste Mal, dass es überhaupt in einer solchen Maschine realisiert wurde. Das sind die Gleitkommazahlen. Also Gleitkomma für gleitendes Komma. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch eine Dastenreihe, wo man die arithmetischen Operationen ausführen kann. Also Plus, Minus, Multiplikation, Division und Quadratwurzel. So, wir können jetzt hier mal eine Zahl im Dezimalzahlensystem eingeben, also zum Beispiel die 3. Wenn ich das mache, dann wird die hier übersetzt. Da sehen wir die binäre 1 und die binäre 2. Beides zusammen gibt die 3. Hier unten ist das Additionswerk. Das ist das Additionswerk. Und dann können wir diese 3 hier wieder sehen. Wir können jetzt bestätigen. Dann sehen wir diese, das ist sozusagen die Enter-Taste, wenn man heute mit modernem PC spricht. Dann sehen wir die 3 auch hier oben. Ja, jetzt geben wir meinetwegen noch mal die 2 ein. Wir sehen hier die 2. Das wird wieder durchs Additionswerk geschleift. Und dann machen wir die Bestätigung. Und jetzt haben wir das Additionswerk hier. Und hier haben wir die 3 und hier die 2. Und jetzt können wir sagen, addiere diese beiden Zahlen. Und dann erscheint das Ergebnis binär hier unten. Was ich eben gezeigt habe, ist ein Modus der Maschine, in der man die benutzen kann. Das ist sozusagen ein Taschenrechner-Modus. Also man gibt Zahlen ein und man kann wie mit einem Taschenrechner hier rechnen. Mit hoher Genauigkeit. Und es gibt einen zweiten Modus in der Maschine. Das ist der. Und das ist das Entscheidende auch. Das ist die nächste Komponente auch eines modernen Computers. Nämlich die Programmsteuerung. Und das machen hier moderne Computer aus. Natürlich sehen Sie da den Lochstreifen nicht. Programmsteuerung beim modernen Computer läuft intern ab. Also wenn Sie ein Icon doppelt klicken, dann geht es los. Und das war damals ein Filmstreifen, ein 35 mm Filmstreifen. Und das ist ein Lochstreifen-Leser. Und hier sind Löcher drauf. Und diese Löcher haben eine Kodierung. Und die sagen der Maschine, was zu tun ist. Dann haben wir fast alle Komponenten. Die letzte Komponente eines Computers können Sie hier nur beschränkt sehen. In einem modernen PC auch. Das sind diese hellen Bausteine hier. Das ist das Steuerwerk. Naja, was macht das? Das sagt immer, ein Schritt weiter dieser Lochstreifen. Die Löcher werden abgetastet. Und das Steuerwerk schaut jetzt faktisch, welche Lochkombination ist das? Und was soll ich tun? Und deswegen heißt das Steuerwerk, weil es übergeordnet der gesamten Maschine ist und die Maschine steuert. Diese Entwicklung war ein großer Schritt von einer manuellen Rechenmaschine Richtung programmgesteuerter Computer. Auch wenn die Z3 im Verhältnis zu heutigen Computern etwas sperrig erscheint. Wenn man sieht, und ich war heute ja Zeuge, als so sechs Möbelpacker versucht haben, diesen Nachbau der ersten Maschine von SUSE in den zweiten Stock zu transportieren, was das bedeutet an Hardware, an Gewicht, das ist schon imponierend. Und wenn man sieht, was eben heute jeder von uns in seiner Tasche trägt, als iPhone, als Smartphone, dann liegen Welten dazwischen. Computer sind heute ganz alltäglicher und selbstverständlicher Bestandteil unseres Lebens geworden. Sie finden sich in Laptops, Handys, aber auch in der heimischen Waschmaschine oder im Auto. Und genau deshalb lässt auch die Faszination an der komplexen Technik dahinter nicht nach. Der normale Bürger, jetzt auch durch das Internet, wird damit konfrontiert. und fängt an, neugierig zu werden. Wo ist das eigentlich hergekommen? Und der besondere Kick ist vielleicht irgendwo tatsächlich, ach, der älteste Sohn, der lebt noch und der war dabei und der kann sich bis 1949 zurück entsinnen. Und, und, ja, also was finden wir so schnell nicht wieder, nicht, für einen Vortrag, nicht? Also ich denke, so ist es. Aber das Thema Computer ist an sich faszinierend für Leute, auch wenn die meisten Personen also nicht wissen, was ist eigentlich ein Computer? In zahlreichen Museen hat man die Möglichkeit, dieser und anderer Fragen auf den Grund zu gehen. Wie es zu der Idee des ersten Rechners kam, welche anderen Rechenmaschinen Konrad Zuse entwickelte und was ihn sonst auszeichnete, kann man im Konrad-Zuse-Museum in Hühnfeld entdecken. Hier war der Sitz der Zuse KG und hier lebte Zuse bis zuletzt. Seine Spuren finden sich in der ganzen Stadt. In der Konrad-Zuse-Stadt Hoyerswerda verbrachte der Erfinder seine Kindheit und Jugend. Im ehemaligen Wohnhaus der Familie erhält man Einblicke in sein Leben und Schaffen und lernt vor allem auch seine künstlerische Seite kennen. Engagierte Lehrer haben in Bautzen Zuses Werk für Schüler didaktisch aufbereitet. Im Zuseum können Besucher Computertechnik aktiv erfahren und an Vorträgen und Projekten teilnehmen. Das Deutsche Technikmuseum Berlin unterhält eine Dauerausstellung zur Rechne- und Automationstechnik. Ein Bereich zeigt auch Konrad Zuse und den Beginn des Computerzeitalters. Auch das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn zeichnet die Geschichte des Computers nach und widmet dem Erfinder des ersten Computers in seiner Galerie der Pioniere einen besonderen Platz. Und das ist rechtzeitend. Untertitelung des ZDF, 2020